Hallöchen Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von... Super. Von der... Denk nach, denk nach, denk nach, äh... Michael Death. Genau. Von Michael Death. So, wir sind jetzt draußen von uns aus. Heute, was machen wir heute? Hm, gute Frage. Ich will eindeutig ab. Einmal für alle mal, diese verdammte Löcher, welche sind ab Boden, zu machen. Entschuldigung, denn ich bin scheiße. Und bin ich scheiß drauf. Ich will das heute schaffen, dass wir ein bisschen abbauen, die Erde, weil ich werde... diese Löcher wegmachen. Und... der allerwichtigste von... Toll. Ich will hier... noch nicht... von allen Löcher wichtigste... Aber ich will über den zu machen, weil ist der... das... der hinten da Loch... weil da so tief... Ich glaube, es kann man sofort noch rein fliegen. So, ne, schon... noch das so, das konnte mir passieren. Machen wir jetzt erst das kaputt... äh, kaputt. Äh, ja, kaputt. Wir machen erst mal das kaputt. Natürlich. Äh, machen wir... zuerst das so. Und... oh, ich hab das Gerüter reingegangen. So. Äh, ich hasse es. So, so. So, gut. Jetzt bin ich mir sicher, dass wir... kein Gefahr wildbar sind, dass wir fliegen da rein. Jo, zack, 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 zack. Äh, hier haben wir noch Löcher. Ich hab mir... wegen Sand bekommen. Nein, nein. Uh, haben wir keinen mehr. Nicht gut. Toll. Du musst nur gerade da rein fliegen. Genau. Ähm, ja. Ich mach mir ja noch Spitzhacke weiter... äh, die Schaufel weiter. Äh, scheiß. Hab ja nicht mehr da. Ist da. Gut. Äh, also das nehme ich und... ne, Eisen nehmen wir. Ein Eisen. Das haben wir noch. Irgendwie... nüb. Leine, nein. Leine, nein. So, jetzt mal... Ich will kein Essen noch noch. Okay, da sind wir noch nicht schlecht. Ich zeh, zack, zack. Zweimal reichen. So, der reicht nur uns. Für Ernst da. Zack, zack, zack. Dann... Eisen. Yeah. Wie, jetzt regenerieren wir uns am liebsten. Und jetzt mit Einzigermanns schneller abbauern. Ja, haha, 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 haha. So. Dann bauen wir ja ab. Bauen wir ein bisschen ab. Wie fahren wir noch? Ähm, 25. Ja, komm. Dann fangen wir die ganze Hügel weg. Äh, die Hügel sind ein bisschen groß. Ah, ja. Das geht weg. Ja, ein bisschen viel. Haben wir schon. Habe ich irgendwann gesagt, muss mir irgendwann schon wieder, ne, 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 weil unser Eisen ist echt übertrieben knapp. Alter, die Hügel ist echt verdammt groß. Alter, die Hügel sind. So. Alter. Alter. haben wir schon ja werde besseren dass wir machen auch mit erde die gut haben ja auch spielzeuge haben wir nicht will nicht diese zeit verschwenden die kostbare zeit zwischen wir haben nicht verschwenden einfach so desto wir machen ich weiß nicht weil ich mir gerade mache die kurze wenn wir nach überlege ich mir mache ich heute kurzer folge oder mache ich mir zwei tage dass wenn ich nicht schaffe diese erde zu decken weil sich heute vormachen aber ich glaube richtig schaffe ich das alles sagt ja haben wir gut der weiß muss ein bisschen weiter bei wechseln haben wir nichts mehr nach dass ich jetzt lassen meine sicher aber das ist auch so ein cool idee das vor häuschen so kleine schwimmen barb war keine nade juckt das ist auch nicht schlecht die komm wo aber geschafft schätze 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 ich habe das ist bald sieht man das alles nicht was macht zombie in mein haus wahrscheinlich diese verdammte scheiße das ist wahrscheinlich zu machen ich vermute deswegen alles so wie kommen zu mir raus wie die möchten oder die viti wollen gut wie mache ich das am besten weil ich habe es so gemacht dass die sofort scheiße musste theoretisch alles nach Denk nach, denk nach, denk nach, denk nach, sieht der Schüsse aus, habe ich gemacht. Ich glaube, wir müssen das so machen. So, das machen wir, Fackeln machen hier so, Türen müssen wir noch bauen, reinbauen und wahrscheinlich deswegen kommt bei uns Zombie noch rein und die Creeper und so weiter spawnen. Weil hier haben wir ja unsere Zugäste, äh, unsere Türen sind noch nicht ganz so, so wollte ich sagen. Das ist so das Pass, also ich glaube, ob ich jetzt sollte ohne Probleme alle warten. Von mir, schauen wir mal. Gut, jetzt haben wir eine Nacht, weil ich da reingegangen habe und habe mir was rumgemacht. Ja, ich habe mir was rumgemacht. Superlogik, besser gesagt. So, das weg, das weg, ich muss langsam... Ah, wir haben noch voran! Tütütütütütütütü... Ich glaube eine nächste Folge... Ah, hier haben sie ein bisschen schöner... Und... Ne, 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 ne. Ich bin nicht sicher... Weil oben, finde ich wahrscheinlich mit Glas machen, ja, mit Glas zu submitieren. schlechter sehen mit glas aber das ist schon nach das blöd kann mir diese folge nicht machen vielleicht kann ich noch was bauen immer wieder irgendwas kommen weil es herausgelegt also das muss man so machen essen wird alles hier gelagert und gut gut leute wir gehen schlafen und wir beenden den part weil ich weiß jetzt weitermachen das war leider heute ein bisschen kürzer sonst fünf minuten kurzer und wir sehen uns und nächstes mal